Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin leider schon wieder erkältet, deshalb gibt es heute mal kein super spektakuläres Video, wie sonst immer, sondern ich mache einmal einen Test und zwar für meinen CO2-Fußabdruck. Das wollte ich schon ewig mal machen und ich dachte mir, jetzt wo ich nicht wirklich was anderes Aktiveres machen kann, mache ich das einfach mal mit euch zusammen. Der CO2-Fußabdruck, wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann schaut es am besten einfach nochmal nach. Ich bin da auch nicht so super Experte drin, aber im Grunde geht es halt darum, herauszufinden, wie viel CO2 man ausstößt und dann gibt es halt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das kompensieren kann. Also es gibt natürlich total viele Vereine und so weiter, die man unterstützen kann, aber im Grunde möchte ich jetzt erstmal einfach herausfinden, in welchem Spektrum sich das so bewegt bei mir. Das finde ich nämlich ziemlich spannend. So, dann fangen wir doch mal an und zwar mit der Ernährung. Anscheinend, okay. So, wie oft isst du Fleisch und Wurst? Ähm, auf einer Skala von 1 bis 6, 2. Sehr selten. Bei besonderen Anlässen, na, dann vielleicht doch eher 3. Höchstens einmal die Woche. Ja, ich glaube, das passt eher. So, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Immer noch Ernährung. Wie oft isst du Fisch? Auch eher selten. Nie? Ne, doch, manchmal schon. Selten. Ja, selten. Passt. Höchstens einmal die Woche. Ich meine, eigentlich esse ich es mehr so einmal im Monat. Ähm, ja. Schauen wir mal weiter. Wie oft verzehrst du weitere tierische Produkte? Also tierische Produkte würde ich jetzt mal sagen auch Milch und Butter und so weiter. Das wäre schon relativ oft. Insgesamt wahrscheinlich auch richtig, weil ich esse auch sehr oft Joghurt und so weiter. Ich glaube, das ist schon eigentlich jeden Tag. Und Käse. Käse ist fantastisch. Wie oft kaufst du Bio-Lebensmittel? Sehr oft. Äh, das ist selten. Oh, jetzt ist die Skala plötzlich umgedreht. Ähm, ja, ich kaufe eigentlich immer Bio, wenn es angeboten wird. Ja, ich glaube, meistens trifft es ganz gut. Das meiste, was ich kaufe, ist Bio, würde ich sagen. So, wir sind immer noch bei Ernährung übrigens. Wie oft kauf ich saisonale Produkte? Ähm, eigentlich auch ziemlich viel, würde ich sagen. Gelegentlich oft. Meistens. Ja, ich bin hier um mich relativ stark darum. Ich meine, ich esse natürlich auch ab und zu mal Paprika, keine Ahnung, im Winter. Aber normalerweise achte ich da schon drauf, dass ich dann im Winter zum Beispiel mehr so Kohl esse und so Sachen. Und im Sommer halt eher Gemüse. Also so, dass es irgendwie passt. Wirfst du Lebensmittel weg? Ich meine, manchmal kann man es nicht vermeiden. Oh, vorhin, äh, nee, gestern. Gestern hatte ich eine Spinne in meinem Essen. Also Kartoffeln mit Spinat und dann war da plötzlich eine Spinne drin. Und also das habe ich wirklich mit gutem Gewissen weggeschmissen, weil ich das nicht mehr hätte essen können. So, sehr selten passt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, kommt vor, trifft es ganz gut. Also ich versuche es natürlich zu vermeiden, aber es kommt halt auch einfach vor. So, mein Zwischenergebnis für die Ernährung ist 1,1 GHA. Jetzt müssen wir noch wissen, was das ist, die Einheit, aber das können wir auch gleich herausfinden. Damit bin ich unterm deutschen Durchschnitt. Das ist doch schon mal etwas. So, schauen wir mal weiter. Jetzt sind wir bei Wohnen angekommen. Welche Fläche bewohnst du? Naja, ich meine, ich alleine bewohne keine wirklich große Fläche, aber ich wohne halt nicht alleine in dem Haus. Tja, sagen wir mal so um den Dreh. Gucken wir mal weiter. Wie stark heizst du? Also schon eher etwas doller. Allerdings haben wir halt auch einen Ofen und nicht nur eine Heizung. Das heißt, ui, das war aber jetzt ein kurzes Zwischenergebnis. Ja gut, nach zwei Faktoren ein Zwischenergebnis zu machen, finde ich jetzt nicht so gut, aber das Heizen hat es wahrscheinlich verschlimmert bei mir, ja. Gut, die Wohnfläche stimmt halt wahrscheinlich auch nicht, was ich angegeben habe. Das weiß ich nicht so genau. So, Mobilität. Oh, da bin ich bestimmt gut. Gut, 100 Kilometer Bus und Bahn pro Woche. Boah, das habe ich doch keine Ahnung von. Ja, vor allem 0 oder 100. Ich meine, nee. So, hiernach ist mein Wert sehr gering im Vergleich zu Deutschland, aber auch wieder drei Faktoren. Und ich meine, Autofahren tue ich schon pro Jahr, aber nicht so viel. Das ist jetzt, also die Einstufungen hier sind nicht sinnvoll gemacht. Also gut, schauen wir mal weiter. Wie groß ist dein persönlicher Fuhrpark? Ich habe ein Fahrrad. Eigentlich habe ich zwei Fahrräder. Ich habe kein Motorrad. Und ich habe auch kein Auto. Ich kann nämlich das Auto meiner Mutter ab und zu mit benutzen. Tue das allerdings halt, wie gesagt, eher selten. Ich habe also zwei Fahrräder. Wie aufwendig ist deine Einrichtung? Ich wohne halt in meinem Kinderzimmer. Also, es ist jetzt nicht so, als würde ich oft neue Möbel kaufen oder sowas. Ich meine, was heißt denn aufwendig? Recht bescheiden. Ich kaufe selten etwas Neues. Das ist ja umfangreich. Ich habe viele Möbel und technische Geräte. Durchschnittlich. Ich besitze das übliche, verzichte aber zum Beispiel auf einen Trockner. Ich verzichte nicht auf einen Trockner, aber das liegt auch einfach nur daran, dass ich zu Hause wohne. Also, wenn ich umziehe, werde ich garantiert auf einen Trockner verzichten. Ich denke mal, ich bleibe bei durchschnittlich. Weil, wie gesagt, ich wohne halt noch zu Hause. Ich kann sehr viel von zu Hause mitbenutzen. Wahrscheinlich würde ich noch neue Sachen kaufen, wenn ich jetzt umziehen würde. Deshalb bleibe ich jetzt erstmal dabei. Konsum. Wie viel Geld gibst du pro Monat für weitere Konsumgüter? Auskleidung, Unterhaltung, Restaurant? 150 Euro, würde ich schätzen. Also, nicht so viel, aber ich meine, ich bin halt Studentin. So viel Geld kann ich auch nicht ausgeben, sag ich mal. So, Konsum, genau. Da sind wir noch immer beim Müll. Wie viel Müll und Altpapier verursachst du pro Woche? Das sind alles ganz schön schwer zu beantwortende Fragen. Also, ich meine, Müll pro Woche, ein Sack? Ich meine, muss ich ja. Keinen Sack ist auch falsch. Ja, sag ich mal, einen Sack, aber halt keinen großen. Also, ich verursache nicht alleine pro Woche einen großen gelben Sack voll Müll. Also, wirklich nicht. Also, vielleicht ein Viertel davon, aber höchstens. Okay, Altpapier durchschnittlich. Ich meine, wahrscheinlich passt wenig ganz gut, wenn da noch... Also, da steht dann, ich gehe sparsam mit Papier um und nutze Recyclingpapier. Das ist schon durchaus richtig. Also, würde ich mal sagen, das passt dann ganz gut. So, mein Wert für Konsum ist auch eher kleiner als der deutsche Durchschnittswert. Ich glaube, dann kommt jetzt mein Ergebnis. Schauen wir uns das mal an. 4,5 GHA. Ich hoffe, wir finden noch raus, was das bedeutet. So, das ist dein Ergebnis. Bist du überrascht? Wenn alle Erdenbürger deinen Fußabdruck hätten, bräuchten wir dafür 2,8 Planeten. Ui. Weiter unten kannst du dein Ergebnis mit Durchschnittswerten vergleichen und du siehst, wie sich dein Fußabdruck zusammensetzt. A, GHA heißt globaler Hektar. Das heißt, ich bräuchte 4,5 globale Hektar an, ja, Fläche für meinen CO2-Verbrauch. Also, gut. Also, mein Wert ist ein bisschen unter dem deutschen Durchschnittswert und ich glaube, wie gesagt, dass einiges davon nicht wirklich stimmt. Also, zum Beispiel meine Wohnfläche ist wahrscheinlich deutlich kleiner, wenn er es mal wirklich berechnet. Ich wohne halt nicht alleine in dem Haus. Ähm, außerdem so Sachen wie die, ja, mit dem Fahrzeug, also weiß ich auch nicht genau, ob das so stimmt und das Heizen auch. Aber hier steht auch quasi, wenn ein paar Faktoren nicht so ganz stimmen, der Fußabdruck wäre wahrscheinlich nicht wirklich geringer. Insofern kann ich da durchaus mal dran arbeiten. Ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Also, hier steht dann, der nachhaltige Fußabdruck wäre quasi 1,6 GHA. Ähm, das ist ganz schön weit entfernt von meinem. Ja, und jetzt können wir hier nochmal nachschauen, woran das bei mir vor allem liegt. Ja, genau, vor allem am Wohnen, was halt eben zwei Faktoren waren. Also, das halte ich für eher unsinnig, das so wirklich ernst zu nehmen. Aber, wie gesagt, die haben bestimmt schon recht damit, dass mein CO2-Fußabdruck zu hoch ist. Das will ich gar nicht kritisieren. Ich glaube nur, dass die, ja, Berechnung hier nicht so ganz optimal verlaufen ist, weil das einfach zu wenig Faktoren sind. Aber, ja, gut. Dann habe ich wohl einen eher nicht nachhaltigen Fußabdruck. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Test gerne auch mal machen. Ich schreibe den euch, also ich verlinke den euch gerne in der Infobox. Und ich würde mich sehr dafür interessieren, was euer Ergebnis ist. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr das auch gemacht habt oder machen wollt. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, dass gerade wir, also die meisten, die mir zuschauen, nehme ich mal an, kommen aus Deutschland oder zumindest um Deutschland rum. Ich glaube, dass gerade in Europa es schon wichtig wäre, sich mal mehr damit zu beschäftigen mit dem globalen Fußabdruck und mit dem CO2-Fußabdruck und so weiter. Was ich auch sehr wichtig finde, ist der Wasserverbrauch. Dazu kann ich auch gerne nochmal ein Video machen, wenn euch das auch interessiert. Aber ich muss mich damit selbst auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Falls ihr euch für Nachhaltigkeit interessiert, habe ich dazu auch schon mal ein paar Videos gemacht, wie man sich nachhaltiger verhalten könnte und so weiter. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, macht diesen Test gerne auch mal selber und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020